Ich lerne Deutsch. Nummer 14.542 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Papierticket ist nicht mehr erforderlich. Wir können auch mit dem Smartphone einchecken. Das Papierticket ist nicht mehr erforderlich. Wir können auch mit dem Smartphone einchecken. Das Papierticket ist nicht mehr erforderlich. Wir können auch mit dem Smartphone einchecken. Ich habe einen Plan ausgearbeitet. Darüber sollten wir jetzt diskutieren und abstimmen. Ich habe einen Plan ausgearbeitet. Darüber sollten wir jetzt diskutieren und abstimmen. Technologie verbindet Generationen. Großeltern lernen von ihren Enkeln den Umgang mit modernen Geräten. Technologie verbindet Generationen. Großeltern lernen von ihren Enkeln den Umgang mit modernen Geräten. Technologie verbindet Generationen. Großeltern lernen von ihren Enkeln den Umgang mit modernen Geräten. Die jährliche Inflationsrate beträgt 2%. Betont, dass die Inflation jedes Jahr um 2% steigt. Es ist wissenswert, dass die meisten Menschen etwa 70.000 Gedanken pro Tag haben. Diese Information ist faszinierend und zeigt die immense kognitive Aktivität des menschlichen Gehirns. Im Hafen wird ein großes Containerschiff beladen. Während des Gesprächs trinkt Bettina eine Tasse Kaffee. Während des Gesprächs trinkt Bettina eine Tasse Kaffee. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.